Guten Abend, liebe Zielgruppe, Tag 6 in der unfreiwilligen Quarantäne. Heute gibt es keine Platte, heute gibt es nichts vom Vinylstapel. Heute gibt es einen Live-Song aus aktuellem Anlass, denn ich habe heute gehört, Kenny Rogers ist verstorben und deswegen jetzt einen, nicht seiner bekanntesten, aber ich glaube, für mich jedenfalls einen seiner schönsten Songs, By Me A Rose. Untertitelung. BR 2018 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 In diesem Sinne, schönen Abend noch und bis morgen. Bleibt zu Hause.